Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Stream. Also. Ja. Ich zeig euch nichts. Ich zeigst du den Paketen. Okay. Ich hab's selber noch nie gesehen. Ich hab jetzt einfach... Oh Gott, die Scheiße. Bei uns? Wir fragen ja alle. Ich würde jetzt gerne an euch, wenn ich da kein Bann mehr hab. Wie lang geht der Bann nach? Ey Leute. Klar. Weil ich den Bann hab... Können wir gleich darüber reden, ne? Hab ein Bann auf dem Server. Lumia bekommen. Auf keinen Fall. Minecraft, Lumia, was weiß ich. Hab ein Minecraft, Lumia, ne. Kein Tag. Hab ich ein Bann bekommen. Und Spielerfalle. Ich hab dort über vier Stunden gestript Mainz. Ja. Hab mit meinem Kumpel Dias und alles getramt, was weiß ich. Ja. Und dann hat mir Grundstücke gekauft. Da kam das Grundstück und so was. Hab mir ein Haus gebaut. Was machen die Spaß mit. Was machen die Spaß mit. Bannen mich wegen Spielernfall in meinem Haus. Angeblich stand es wie den Regeln. Ich hab die Regeln nie gelesen. Hab mich dafür direkt entschuldigt. Ich hab gesagt, wenn ich entbannt werden möchte, soll ich auf die Seite gehen. bin ich gegangen, was, ich hab davor noch ein Zeit geschrieben, aber wieso gebannt und was, ich wollte mit denen reden, ob ich mir nur ne Verwarnung geben kann, ich baue die Spielerfallen sofort ab, was haben die Spasten gemacht? Ja, ähm, warum, ja, was haben die gemacht? Ohne ne Verwarnung, ohne gar nichts, waren die mich, wegen Spielerfallen, auf meinem Grundstück. Ja, wenn die Leute auf mein Grundstück gehen, in mein Haus reingehen, was weiß ich. Willst du mich verarschen, Skywalker? Nein, du hast kein Entbahnungsentfatz, was, ich hab mich da noch geschwärt, was, was, ich hab... So, also, hier, geh mal, wo kann man deine E-Mails gehen? Ah, da, 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 hab ich denen geschrieben, ja, ist euch jetzt, liebes Lumia Team, wurde am dritten, dritten von dir gebannt, also, LeCaspare, heißt Franzose, das haben Franzosen in Online-Games verloren, ja, ich bin auf allem gebannt, wollte mich hier mit dafür, und sähe meinen Fehler ein und hab nichts, ich wollte das Ganze zu wiederholen, zusammengefasst, kann ich nur dazu sagen, das mir leitet, vor allem, weil ich meine, die Wirbeler, ja, dazu wollte ich noch fragen, bla bla, ob ich, was ich war, ich hab die Regeln nicht gelesen, sorry, ja, und dann, der Antrag ist fast gesagt, äh, ich weiß, ich, Tage entbahn, Spielerfallen, auch nicht, ich will diesen V-Ausstück, das heißt, lass sowas dazu, okay, da hab ich gefragt, ob man die Türen sichern kann, und bla bla, ich lass es sein, damit keiner in mein Haus rein kann, auch wenn ich keine Spielerfallen mehr bannen, machen werde, dann kommt ein Spaß von denen, warte ich, muss noch mal drauf gehen, ich weiß jetzt nicht, ich glaub, Schautbox, komm, mein Gott, warum, kommt so ein Spaß, iBorker, auf, ein Mord, aber irgendwas sowas, ich sag, nein, du hast keinen Bahnungsantrag, soll ich euch jeden mit dem scheißen Bahnungsantrag schicken, du Spaß, also, frag mich doch, was ist Mönlich Bernd Schiele, 15, was macht ein 15-jähriger Holzfäller, was macht ein 15-jähriger bei den Helfern, beziehungsweise Administratoren, oder, was weiß ich, was der war, was macht ein 15-jähriger dort, ist das Spiel von so ein bisschen Spaß, der es stellt, mega, wenn die Admins noch mal Baden, das Video sehen, hier, Nightfall, das ist der Admin, was weiß ich, wie alt ist der denn, oh, der ist 26, Abenteurer, 26, Alter, wow, schafft hier, Wasser, ich check sowas einfach nicht, jetzt kommen wir uns mal ein leckers Barad, 20.01. 2015, wahrscheinlich, Schüler, ja, wenn er Schüler ist, ist er wahrscheinlich auch erst 15, gegrieft habe, gegrieft, gegrieft, ich, der hat gegrieft, der hat was weiß ich, irgendetwas, ja, aber was, ich weiß nicht, die sind glaube ich noch Spasten auf dem Server, Alter, ich weiß gar nicht, wurde er jetzt gebannt wegen, auf meinem, ich habe euch sogar was vorbereitet, weil ich mir schon dachte, habe ich euch gestern noch, gestern Abend, den Antrieb direkt geschickt, was ich, was ich gemacht habe, was ich da gemacht habe, dafür kennt ihr einen, ja, ich habe einen Mod, so sieht Eisen aus, ich teste gerade den Mod Packs, da kann ich hier ja nicht öffnen, außer durch eine Druckkarte, und hier habe ich sowas gebaut, ups, ne, ich glaube, das passt, so im Allgemeinen doch, dann habe ich das noch zugebaut, was bin ich da hingestellt, ich habe ein Schild hingestellt, du kommst, lebendig, rein, du kommst, du kommst rein, wir können es mal ab, aber nicht mehr raus, Achtung, alle, alle, bitte, öps, ausgelegt, und dann habe ich noch so eine Falle gegeben, eine Todesfalle, und habe da hingeschrieben, wie Ken es und was ist, ja, auf Schwarzrein, ja, habe ich dann, ein Lauf, da drin feststeckt, in meinem Haus nichts abbauen kann, macht man Slash Spawn, oder Slash Home, wer zu dumm ist, zu machen, sag mal, oh, Alter, und dann hatte ich noch so eine Falle, einfachste Falle, die sich, ansteigen, reichen, du musst mich an, das Mordwerk, ohne Mordwerk, langweil, wow, da ist Lava, bei mir war das einfach nur, so, nein, da ist noch nicht mal jemand drangestiegen, an gar keinem von meinem ist, da ist jemand drangestiegen, und dann, wenn da jemand draufsteht, wie Candies, wie Items, lesen würde, und es glauben würde, und da reinfallen würde, das ist gar nicht mein Problem, wenn es so dumme Leute gibt, und die anstatt, hier, falte öffnen, falte öffnen, dann sneaken und schauen, da geht es richtig, mal nicht mehr, und glaub da rein, bescheuert muss man, das wird doch kein Mensch machen, die hat noch nicht mal eine benutzt, meine Leute, ja, danke. Papa. Papa. Na. Ich habe auf jeden Fall was falsch gemacht, was ich möchte. Damit man da nicht reinschauen konnte, was da ist. So, so, so. So, so, so. Hab ich da was. Hab ich was. So, dann. Ja, Reds tauchen. Wie sieht das hier aus? Ich hole mir den Specs mal. So, jetzt. Dann hab ich hier. Oh, das war ja noch nicht mal so hoch. Kolben. So war das mit normalem Steinhalt. Kolben. Hier ein Kolben. Hier ein Kolben. Hier ein Kolben. Hier ein Kolben. Ja. Kolben. Hier ein Kolben. Hier ein Kolben. Ich glaube, der wie hat er sich nicht. Sie müssen sich aktivieren. Ja, egal. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall hattest du eine Lava-Falette für Kolben. Normal aktivieren. Deswegen hat es gerade wahrscheinlich nicht geklappte Folgen. Auf der richtigen Folgen. Ja, der aktiviert sich nicht. Ja, und dann hatte ich hier halt bla 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 bla, man hat nichts gesehen. Bla 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 bla. Ich habe die Lava. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen offensiv. Der Kolben. So. Sagen wir mal hier. Der Kolben ist aktiviert. Der Kolben ist aktiviert. Dann habe ich da Lava reingefangen. Dann, wenn jemand da reinläuft. Und hier war ein Schild davor. Da reinläuft. Da nicht mehr rauskommt. Jetzt ist alles zuhaltig. Da nicht mehr rauskommt. Und dann Lava läuft da weg. Kommt aber hier nicht raus. Ich weiß. Immer noch. Ich habe sogar überlegt. Ich weiß nicht. Wieso muss man eigentlich sein? Sowas nicht zu strecken. Kolben ist mit. Ja. Es ist eine Fallbefallung. Ja. Na, ich hab. Ja. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Die Leute die das mitgemacht haben. Haben sich einfach nur den Arsch abgelacht. Und haben sich darüber gefreut, dass sie es einfach daran gemacht hat. Die haben sich sich von allen. Haben sich angeschaut. Haben gefragt. ja ha 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 lustig was weiß ich dumm atmen in der scheiße aufregen oder ist die spieler volle daran jemand sterben und kein screenshot machen und dann keine verwarnung oder so aber er ist tot ich nicht ich wollte nur sagen ich wollte euch noch ein bisschen erzählen wie behindert die server-admins eigentlich sind behindert als mein mikrofon ich wollte eigentlich ein display bei den server machen hier habt ihr euer litz hey alter und die admins sehen mir egal wenn es irgendjemand seht entbann mich doch mal konnte ich war im vip auf dem server aussicht drei tage test die id sind jetzt umsonst oha ist der weil das einfach nur unnötig ja leute das verabschiedet sagt tschüss euer scorsettgaming nächstes mal sorry wegen im schwarzen rand ich hab gebackt echt leid es hat er gebackt was es ist zum nächsten mal tschau tschau